halli hallo meine lieben mitzocker und mitzockerinnen und herzlich willkommen hierzu was ist das hier minecraft oder so heißt das glaube ich guck mal da kann man da kann man sachen bauen der kind ist übrigens auch dabei ja wir sind wieder fleißig am bauen fleißig am kraften fleißig am plan ja mehr oder weniger doch also ich schon kein plan gerade also wenn diese aufnahme vorbei ist dann muss ich erst mal nach tricks in peace gucken wie man das tricks wie man diese quest real komplett fertig macht nein also ich habe jetzt erst mal wieder die dinge hier kaputt die muss ich das muss gucken ich weiß es gar nicht die forest hives ja mit einem scoop und singst oder rechtsklick kein hammer nein das ist ein scoop binen heißt es aus und nicht hammer binen hatte fischelheif bau ich trösschen bieten aber ich brauche zwei verschiedene arten doch ich brauche noch die videos die videos zum züchten die mutzi ist am schlafen dann gehe ich auch mal ins bett ich habe so viele bienen da ja egal kuckuck hey ich brauche dich nicht hauen ich habe was viel besseres jetzt spielt er Katz und Maus mit mir nein nicht ich bin allergisch ich bin allergisch ich bin eine Bühne du bist gefickt jetzt für den fünften teil davon äh klar ich kenne alle teile ah der ist genial der fünfte ist gerade vor kurzem er ist raus glaube ich ja was heißt kurz und vor ein paar wochen naja super die wir sind alles zurückschlagen ja die sind echt alle super also wir haben Schmettern äh ist das bienen ich kann es nicht lesen das ist ein bienen ja jetzt bin ich da runter gesprungen ob mein jetpack enabled war also disabled bist du jetzt tot äh nein ich habe im void mein jetpack noch aktivieren können und fliege jetzt noch mal nach oben ich hoffe dass meine energie reicht ganz ein krasser bursche alter der jetpack ist böse mit 0,1% der jetpack ist ganz böse kommt er denn hier oben ey geht locker ich bin bei 60% aber trotzdem das war echt naja wo ist das herz im fuße ist es runter rutscht oh ja definitiv alter vater ich habe eben gedacht komm mach den scheiß mal aus damit die leitern anständig runterkommst mhm arschgeleckt keine infos zu dem teil oh doch mit zunge so feuer also man kann mit dem apiari bienen kreuzen aber die ursprungs bienen muss man sich mit dem forest hive und co erarbeiten erarbeiten ja und u es da la problema meh 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 also ich baue jetzt hier noch ein paar mido hives hin ok ich baue den hier mal ab wo ist mein scope scope scopey do und dann gucke ich mal ob da was rauskommt ja tatsächlich rot umrandete bienen aber braucht der mido hive wirklich pflanzen blumen um sich herum weil hier waren ich bringe euch blumen ja ist klar ich stell die einfach mal hier so hin und lass sie da ein bisschen stehen ach ja haha wir besahre mich geil aber drei stück behalte ich um zu gucken dass ähm dass da wenn das nicht funktioniert das ne aber jetzt habe ich ja schon zwei verschiedene gattungen mensch dann kann ich dir ja jetzt ach zwei verschiedene gattungen mensch hast du sogar das ist ja nice es gibt keine verschiedenen gattungen mensch ich bitte dich ah ok man also was brauchen wir denn forest princess nein eine princess brauche ich nicht oder drone unknown genome modest drone du 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 ach das ist eine gelbe biene ach so das ist die offizielle bezeichnung gelbe biene also ich habe jetzt eine modest princess eine meadows princess und eine forest princess das sind doch schon mal drei bienen auf einmal kannst du doch bestimmt schon irgendwas gescheites draus machen oder ja keine ahnung würde ich doch mal sagen ich stelle mal den apiari irgendwo hin ok was passiert ich stelle ihn mal ja da wo das ursprünglich geplant war mit den bienen hier ich schloss mal noch ein bisschen gravel sieben ne oh krass was ist das wie funktioniert das supply the knife with a queen or a princess and a drone ach so ich brauche auch noch dronen ist ja krass owner kindzipfel yeah i'm the owner owned share it access allo anyone to break the machine or interact with it restricted still allo's interaction for anyone ok das kriegen wir doch hin climate temperature normal humidity 40% normal achso mit dem mit dem ting kann man sich mit dem ting kann man sich die luftfeuchtigkeit anzeigen lassen nice yeah baby yeah geil also ich habe jetzt eine forest princess, eine medo princess, ich brauche noch je eine Drohne also ich weiß nicht ob ich die zusammen da reinpacken kann oder ob die sich wie in der Natur umbringen wer bringt sich in der Natur um bienen von verschiedenen Stämmen was nein ja doch forest princess, modus, princess also von dem modus habe ich auch eine Drohne ich versuche jetzt einfach mal von jedem eine Prinzessin und von jedem eine Drohne und dann schaue ich mal was passiert ja so geil also ich habe jetzt drei verschiedene Gattungen aber ich glaube es gibt noch viel mehr oh ja von den Bienen los beginne die Begattung nur durch Begattung gibt es Gattungen Bestattung oder so ach es gibt nur zwei Plätze die sind gar nicht achso dann brauche ich jetzt eine Modus ne dann nehme ich gleich die Meadows weil die ja auch hier im richtigen Bereich sind eine Drohne und eine Prinzessin ja du kannst aber in diesem Apiary kannst du die Umweltbedingungen anpassen dass das für alle passt das weiß ich auf jeden Fall okay eine Drohne ist verstorben gerade oder sie ist losgeflogen keine Ahnung ne also eine Drohne ist verschwunden dafür ist jetzt aber der Balken grün was auch immer okay kann dir da nicht so folgen weil ich da auch selbst nicht folgen oh ja so geil no flowers ja dann brauchst du Pflogen in deinem Leben Hive members are not finding the right flowers die brauchen Pflanzen ja komm dann wo sind denn unsere Minecraft Pflanzen nein 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 Pflanzen Minecraft Pflanzen müssen das sein ne ähm ich glaube ja gab es ja nicht wirklich irgendwie wo habe ich sie denn hingepackt die Blümchen von Bienen und Blümchen hm 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 wo ist denn eigentlich meine Musik jetzt geht's juhu ich habe einen funktionierenden Lava Generator im Keller oh ja geil sehr schön und den brauche ich jetzt für ja 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 äh äh hui ah hab ich schon drei Folgen dafür gebraucht um allein äh die Energieversorgung herzustellen läuft läuft bei mir ähm sag mal wo sind unsere Blumen wo sind nur die Blumen hin bau doch einfach auf deiner Wiese neue ab oder an da sind keine klar kannst du einfach mit diesem äh wie heißt das äh bone meal machen oder mit äh gießkern ja müsste auch gehen dauert nur noch extremst lange na gut no pain no gain ey wo habe ich diese ah ich könnte mir vorstellen ich guck lieber nochmal in deinen Kisten ey geht's noch oh Gott bist du unorganisiert oh ja ich auch das kannst du laut sagen ich muss mal Eisen herstellen ja kein Eisen mehr hier also die Drohne ist noch nicht zurück ist glaube ich tot neiii du hast sie umgebracht jedes Dröhnchen gibt ein Tönchen ja außer das was du umgebracht hast das gibt garantiert keinen Ton ja hier habe ich 3 und 3 ne 3 und eine Rose ok und was ist da gar nichts und da da ist doch noch eine gar nichts und da gar nichts oder war da was nein war da was auch nicht scheiß Dreck hier ist noch ich muss mir mal einen Hammer machen hier ist ein Hammer iiii der Kinder hat Pilz ich habe ganz viel Pilz da iiii ich gieße meinen Pilz ist ja ekelhaft ist ja ekelhaft und das auch noch jede Nacht ich häge und pflege meinen Pilz ja 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 oh mein Gott wie lange soll ich denn gießen ähm bis die Pilze sprießen ne jetzt jetzt brauche ich Blümchen äh ich brauche Bonemeal hab ich Bonemeal dabei? hab ich hier noch Bonemeal? nein oh ich muss was essen ich kann schon wieder nicht laufen nein ey ich sag mal den Spielsound jetzt ganz aus Sound 2% ja das kann ja nicht klappen zack zack was? los Package weiter du Iron Packager das ist ja komisch Spielsound geht nicht mehr dann mach ich Musik an das hast du halt so die ganze Zeit Musik angehabt ne ich hab nur ein Lied ein Lied angemacht ok Morning Mood ja komm ein bisschen Klassik hauen wir es mal raus machen wir es wie der Komag bitte? der Komag hat oft Klassik der hat oft Klassik ok ich hab gestern übrigens bei Twitter ein witziges Video gepostet und zwar ist da ein Mädel was zu Mozart irgendeinem Mozart Lied im Takt mit ihren Möpsen wird das fand ich ziemlich amüsant hey hallo hier gucken Kinderzoo Ja, komm. Als ob dir das was ausmacht. So. Eisen ist in der Schmelze. Was brauche ich denn noch dafür? Da brauche ich Eisen, Sticks, Nether Quartz, das haben wir alles. Silikon. Da brauche ich Raw Plastic. Ja, gleich so. Solange es warm ist. Ich werde ganz nass. Ich werde noch krank. Eheh. 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 Na gut. Das ist nur irgendwo Raw Plastic. Wo haben wir denn das? Wo haben wir denn das? Wo haben wir denn das? Da? Oh, ich höre einen Enderman. Operation ist nur möglich, wenn es nicht regnet. Ah, fuck you, Rain, Alter. Ah, 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 ah. Du noob. Meine Fresse, da regnet es alle paar jungen Jahre bei Amer... Agrarian Skies. Bei American Skies. American Skies. you know what I'm saying ba yeah yeah nigga bitch fuck you Wir können doch einfach schlafen gehen, es ist doch eh nacht, oder? Ja, aber das bringt ja mit dem Regen nichts Sicher? Ja, wir werden sehen, wir werden sehen wo uns das hinführt Kinsey is now sleeping Ich komm hoch und sleep mit Kinsey Aber ich schlafe schon mit der Mutzi Was soll ich denn jetzt machen? Nach meinem Eis Regen weg Aber die Sonne kommt raus Iron ist fast fertig Schmetterlinge Bienen Habe ich noch eine Drohne? Ja, das ist die letzte Mido Drohne Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat Aber wenn ich die zu der Prinzessin pack, dann verschwindet die Mido Drohne Wahrscheinlich zum Arbeiten, aber sie ist irgendwie noch nicht zurückgekommen Vielleicht ist die schüchtern Du meinst Ich weiß nicht Maybe Ist die Soul Sand Produktion pausiert? Ja, momentan schon Achso Ich habe mich nur gewundert, dass da nur 80 Stück drin sind Ja, solange wir keine anderen brauchen, können wir die ja da drin lassen Ne? Hallo? Äh, zack und zack Ah, jetzt wollte ich gerade rüberführen Ach, hör auf! Oder ist die so lange unterwegs? Bis der grüne Balken wieder unten ist Das kann natürlich auch sein Ja, die Drohne stirbt direkt Oder die Drohne ist doch weg bei dir Oder wie war das? Ja, die stirbt Und dann? Und dann produziert die Königin irgendwelche Sachen Und danach ist dann, warte, wie war das? Wird dann irgendwie eine neue Königin geboren und das kann dann halt irgendwie Also eine Königin wird immer geboren und ab und zu kann noch eine Drohne geboren werden Irgendwie so war das Hä? Hä? Jedenfalls brauchen wir mehr Blumen Viel mehr Blumen Und wir brauchen, ja dann muss ich, dann muss ich ja doch nochmal Ja, dann brauchen wir ja immer wieder diesen Forest Hive und den Artificial Hive und wir müssen ihn bei Blättern hinsetzen in einem Wald Deswegen werde ich unsere Baumfarm, glaube ich, doch wirklich mal versetzen Und das ist auch eine Aufgabe, in der mich, wo ich mich das nächste Mal drum kümmere Wie viele Minuten haben wir noch? Viele Wir sind jetzt bei 16, das heißt, wir haben noch 7 Minuten Okay, hast du gerade was Wichtiges zu tun? Also ich bin gerade an dem Lagersystem am Arbeiten Okay, hast du vielleicht Bock, einen Angriff zu starten? Wir sind offline Sind die schon wieder weg? Ja Ups, das wollte ich doch gar nicht Kann ich dir irgendwie helfen, mein Freund? Das muss ich machen Nee, mir ist nicht mehr zu helfen Kann ich dich irgendwie sabotieren? Klar Okay, warte, mach ich Warum geht das nicht? Ah Niko und Diamant Kurz Cutting knife Okay, da ist das Ding Dann, äh, muss ich das mal gerade Scheiß Jetpack Scheiß Jetpack Das hat einfach rüber geflogen Milo, ich dachte, das ist hoch genug, was ist denn hier los? Ja genau, das ist hoch genug für ein Jetpack Ja, nein, ich dachte, du kommst dann auch nicht, du kommst dann, stößt dir den Kopf an der Decke, wenn du da hoch fliegst Das hättest du gern Das hättest du gern Na da, Sirtisquads 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 haben wir doch auch irgendwo, oder? Haben wir das nicht hier? Ja, es wurde mal gesiebt Äh, nein, da ist nix hier Sirtisquads, jawohl, das brauch ich Und da brauch ich noch Redstone Noch einen, so So, okay Kinsey, gib mir jetzt hin auf die Eier Wä? Ja, ja, ja Ich mach nix Ich weiß nur, was du wieder machen willst Ich hab nix gemacht, ich guck nur zu, was du machst Hier Kinsey, gib's wieder her Ich würde das gerne noch fertig machen Gib es wieder her Ah, ich wollte mir den Fluxgestalt glauben Du bist, du bist echt schlimm, wenn du nix zu tun hast Ja Mist So Äh, ja Dann brauch ich jetzt noch Energie für das ganze Ding Haben wir noch Redstone gedöhnt? Was brauchst du? Ne, äh Leadstone Energiepipes Fünf hab ich dabei Fünf hast du dabei? Ja Ähm Gib mal her Bist du immer oder aufm Haus? Unterm Haus Bitte schön Tu es Wo sind sie? Leadstone Energy Condole Ja, das müsst ihr sogar reichen Ja Dabei Wann du das für meine alten, so zu fragen Ja, sehr geil Was machst du hier, was die Energie? Der ist super. Ey, der speichert mehr RF. Und wie viel gibt der ab? 80. Power Level 80. Aber das langt doch dicke. Und vor allem läuft halt komplett automatisch. Das Dumme ist nur, wenn du so einen relativ niedrigen Power Level hast, du kannst immer nur einen bis zwei, vielleicht drei Maschinen anschließen. Ja, egal. Aber das weißt du ja, wie man will. Ich brauche das da ja nur für mein Lagersystem und dafür soll es eigentlich lang. Oh, der Igneos Extruder sieht in Vanilla Texturen. Ja, witzig aus. Zack. Ich glaube, so viel weiter komme ich jetzt auch gar nicht mehr. Guck mal gerade, was ich für das Drive noch brauche. So, sag mal, wie machst du das? Machst du das mit Standardkisten jetzt oder wie? Nein. Sondern? Ja, das siehst du, wenn es soweit ist. Was ist denn das für ein System? M.A. Control Applied. Ah, habe ich schon mal ein Tutorial gesehen. Das ist super. Da gibt es doch so eine Kammer oder so, die man noch erweitern kann, ne? So einen Container halt. Da wollte ich dann, den wollte ich quasi hier irgendwo drunter setzen, hier in die Ecke wahrscheinlich. Und oben hin quasi in die Küche soll dann das zu bedienende Terminal dafür sein, sodass man quasi bestellen kann. Und hier unten sind dann die Rezepte für Cheeseburger und alles drin. In dieser Box. Und dann kann man da oben einfach das Rezept auswählen und dann craftet ihr das alleine. Oh, nicht schlecht. Das ist so meine... Und was darfst du das jetzt? Nicht um irgendwie unsere Sachen zu ordnen? Ja, das kann man natürlich auch damit machen. Wollte ich gerade sagen. Weil du das da gerade als, weiß ich auch nicht, als Hauptpunkt angegessen hast. Ja, das ist auch mein Hauptpunkt. Okay. Ordnung ist, äh, ja... Zweitrangig. Ordnung ist das halbe Leben. Drum scheiß ins Loch und nicht daneben. Genau. Richtig. Ey, die Musik ist schon wieder aus. Warum ist eigentlich meine Minecraft-Musik aus? Weißt du nicht? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich guck mal echt... Die ganze Kacke hier weg. ... die Finger in den Mixer. Okay. Ja, aber ich mach Musik an. Wo ist denn hier noch was? Ähm, in anderthalb Minuten ist es sowieso rum, ne? Ja, okay, machen wir. Chopin. Chopin. Gay. Na, es ist Chopin. Gay. Chopin. Es ist Gay-Pon. Na, wo ist es? Kommt, geht los. So leise ist das? Also, wer von euch Bock hat, in den nächsten Folgen so ein bisschen dieses Lagersystem näher erklärt zu bekommen oder zu sehen, wie man das baut, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. Und ja, und Kinsey, was hast du in der nächsten Folge vor? Oder in den nächsten Folgen? Keine Ahnung. Oh, ja, und wer Bock auf keine Ahnung hat, der sollte auf jeden Fall die Folge von Kinsey nicht verpassen. Ich bin so depressiv, diese Scheißmusik. Alter, das macht alles traurig, dieses Lied, ne? Dieser, 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 dieser... Ab ins Haus und raus. Damit kann ich aber doch meine Folge nicht beenden. Na gut, okay. Doch. Weil wir haben nur noch 20 Sekunden. 20 Sekunden? Da kann ich noch schnell was Fetziges anmachen. Yeah! Okay, dann bis zum nächsten Mal. Er haut mich schon wieder zu Brei. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, wenn ein Wochenende sein sollte. Keine Ahnung. Tschüss! Tschüss!